Wuhu, ich glaube ein Video kann ich ruhig noch machen. Äh, für euch. Nein, ich weiß ja gar nicht, wie gut das Let's Play eigentlich bei euch ankommt. Aber naja. Äh, gucken was ich habe. Ach du Scheiße. Puh, äh, sieht ja nicht so toll aus. Zack. Ja, Portion. Ähm, Entschuldigung. Äh, joa. Nämlich Ayumi und Sashiko. Die beide können Dingsen, ne? So. Ja, dann kommt mal her, ihr Menschen. Ja, aber hier nur ein Pokémon, so mag ich das. Magnetil und Knilz. Das ist ja putzig. Dann mache ich das und dann mache ich das. Was? Es hat überlebt. Wie geht das? Äh, Donnerwelle, das war wieder sowas von klar. So, dann machen wir mal das. Und hier machen wir das. So, eins weniger. Nächster stirbt jetzt. Yeah. Sashikos Level 28. Nett. Ah, Killia kriegt es schon hin mit dem letzten Typen hier. Ja, Zixler, das wird auch locker tot gemacht. Haha. Ja, das hier wird auch tot gemacht. Locker. Haha. Ja, Nummer. Ey, ich will gar nicht wissen, wie viele Nummer ich jetzt schon habe. Achso, der will gar nicht. Ja, ich glaube, ich gehe nochmal hier hin. Nugget. Ja, das kann ich verkaufen. So, dann gehe ich nochmal hoch. Ich maue extra mit Hyperspeed, dass es sehr schnell geht. Denn ich möchte keine Zeit verlieren. So, nun kann ich wieder nochmal. Da, 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 da. Ich finde es so geil, wie der die ganze Zeit runterspringt. Wub, wub, wub. Genau, hier gibt es ein Ei. Das möchte ich haben. Zack. Ähm, da brauche ich jetzt erstmal Platz im Lager. Move Pokémon. Oh, hier ist alles voll. Oh, das hat einen Sonnenstein. Ist ja geil. Äh, eine große Perle. Lol, die haben alle Gegenstände. Naja, nicht alle, aber da haben. Ey, das finde ich cool, dass da welche Gegenstände haben. Mal schauen, was die so für Attacken können. Aha, aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Ne, ich habe schon ein bisschen was gefangen. Ich bin richtig... Nein, scheiße. Ich bin richtig stolz auf mich. So, ich würde sagen, ich packe erstmal einfach mal Loturzel kurz raus. Denn ich werde einfach mal das Pokémon-Ei abholen. War die das? Ne, aber die hier. Ja, gepärtes Ei. So, nein. Ach, Mann. Ja, egal. Ich habe ja eh nichts zu tun. Renn ich halt nochmal hoch. Oh, mein Gott. Zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Wuhu. Wuhu. So, ich hocke mich jetzt in den Sand. Oh, schön. Ne, gehen wir mal bahnen. Ich gehe jetzt zu der alten Menschen bahnen. Yeah, hallo. Wer bist du? Äh, ja. Na, mal schauen, wie sieht das Pokémon-Ei aus? Ach, du Kacke. Das könnte eigentlich noch lange dauern, deswegen lege ich es ab und nehme wieder Loturzel mit. Komm mal her, Loturzel. Zack. 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 So, ab nach draußen. Was ist das hier? Pokémon Herbshop. Bitter taste, bitter cure. Ach so, ja. Klar. Ähm. Ich würde einfach mal sagen, und losgekämpft. War ja so klar, dass hier einer kämpfen will. Ich muss erst das ganze Ding von Gegnern freiräumen und dann können wir nicht weitersehen. Zum Glück sind meine Pokémon schon so stark. Können wir hier gegen gar nichts anhaben. Yeah. Konfusion. Ach man, der Pokémon ist sowas von geil, ey. Vor allem, das ist ja nicht mal Pokémon, das ist ja Moemon. Ich zack Moemon und das macht Spaß. Ach so, da geht's nach oben. Äh? Ach so, hier komme ich wieder hoch, wa? Ah, verstehe. Na, wer will kämpfen? Er will kämpfen. Ah, beide wollen kämpfen. Noch besser. Ähm. Ähm. Konfusion. Und Mod Slap. Toll, ey. Ähm. Konfusion und Mod Slap. Zack. Tot. Zack. Tot. Ja, Mann, das ist mal Team, Teamwork. Willst du kämpfen? Ne. Ja, war klar, dass hier wieder einer ist. Kecleon. Kecleon. Oh, Kecleon sieht cool aus. Oh, das ist toll. Scheiße. Oh, das ist jetzt richtig scheiße. Oh, fuck. Wing Attack. Flamethrower. Flamethrower. Ey, das ist fies, dass ich Flamme auf kann. Stirb. So, hmm. Ich guck einfach mal, wie es mit Stolunia wird. Nume. Metalclaw war jetzt eigentlich nicht so richtig, aber... Nein. Nicht nochmal Metalclaw. So, takedown. Tot. Tja. So, es geht weiter. Ah, hier, linksweiner... Ne, rechtsweiner kämpfen. Hallo. Nein, kämpf mal schon mit mir. Slugma. Ich mag die Namen irgendwie. Bäm. Ich hab irgendwie Bock auf einen Lavita und das trainiere ich dann zu einem Despoter. Ach, scheiße, ey. Machen die Schweine einfach einen Volltreffer, was soll das? Da, tot. Ich würd sagen, ich geh mal wieder auffüllen. Ah, wo bin ich hier? Kann mir mal wer sagen, wo ich hier bin? Da will ich hin. Genau. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, ich bin schon echt gespannt, wie, wie Guadevois oder Logok oder so aussehen. Ey, ne, das wird bestimmt voll, voll interessant. Das war falsch. Da wollen wir alle hin. Dann gehen wir hier hin. Ah, okay. Verstehe. Numel. Psychik. Wieso hält es das aus? Nein, nicht Doppelteam, nicht Doppelteam, nein. Na, okay, jetzt ist es tot. Ach, nee, nee, nee. Überall sind gegen das. Zack. Hier will ich rein. Dann will ich hier rein. Okay, das war jetzt falsch. Äh, ja. Nein, ich weiß aber, dass ich hier rennen will. Und dann hier. Dann hier. Hier. Ja, hier will ich doch eigentlich rein, oder? Nein, ey, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Will ich jetzt doof oder was? Ich will hier lang. Dann will ich hier. Dann will ich hier. Dann will ich hier. Dann hier. Da. Da. Und da. Okay, und ich bin bei Flavia. Und da der Kampf wahrscheinlich länger als... Eine Minute... Länger als eineinhalb Minuten dauern wird. Quatsche ich jetzt einfach noch zu Ende und gucke mir meine Pokémon an, was ich am besten einsetze. Äh, ich würde sagen, ich schicke zuerst einfach mal Ayame rein. Mit Doppelkick. Mal gucken, wie es mit den XP aussieht. 1000, 2000, 1700. Naja, das ist ja ganz in Ordnung. Hm. Ja. Auf jeden Fall soll sich mein Stadion endlich entwickeln. Aber das sind noch zwei Level. Naja, ich packe das schon. Im nächsten Kampf... Äh, nicht im nächsten Kampf. Im nächsten Video geht's dann los mit dem Kampf gegen Flavia. Bis dahin. Viel Spaß beim Anschauen der restlichen Videos. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Vielen Dank.